Musik Also zum einen sagt das Zweite Vatikanische Konzil ganz deutlich, Kirche ist von ihrem Grundsatz her missionarisch. Kirche ist missionarisch, weil wir durch den Auftrag Jesu gesandt sind, in alle Welt hinein unsere Botschaft zu verkünden, zu bezeugen, zu leben. Wenn der diesjährige Monat der Weltmission unter der Überschrift steht, ihr seid das Salz der Erde, dann bringt es ja genau das nochmals deutlich zum Ausdruck, wenn wir auch ins Evangelium hineinschauen. Dieser Reich Gottesgleichnisse Jesu, wo er das Wort ja deutlich formuliert, das Salz, das im Grunde dem Leben erst Geschmack verleiht, so wie eben das Salz in der Suppe der Suppe Geschmack verleiht. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass unser Glaube dem Leben Geschmack verleiht, dass unser Glaube uns Menschen Zukunft und Hoffnung bringt, dann werden wir von diesem Glauben auch erzählen. Es geht jetzt nicht um Mission mit dem Schwert, wie es ja manchmal immer wieder auch in Erinnerungen gerufen wird, dass da auch viele Fehlentwicklungen waren. Das ist ganz klar. Aber Mission verstehe ich dann schon als ein Dialog mit den Menschen, denen ich begegne, ob hier oder woanders in der einen Welt. Dialog heißt, wir treten in einen Austausch, interkulturell, wir treten aber eben sozial auch in einen Austausch. Wir treten in vielfältigen Formen auch in ökumenischer Weise in einen Austausch, interreligiös in einen Austausch. Und dann, glaube ich, kann tatsächlich etwas von dem spürbar werden, wenn wir so ehrlich miteinander sprechen, wenn wir so ehrlich unseren Glauben leben, dass hier in der Tat dann auch der missionarische Charakter von Kirche zum Ausdruck kommt. Und wenn wir missionarisch reden, missionarisch leben, dann wird ja auch deutlich, dass gerade durch unser Tun missionarisch das Zeugnis dann nochmals greifbar nahe kommt. Wenn wir mit unseren Sozialeinrichtungen, wenn wir in unserem sozialen Engagement aus unserem Glauben heraus versuchen, Not zu lindern, dann hat es immer missionarischen Charakter. Wenn wir gerade auch dann in den Grenzfällen des Lebens unseren Glauben anbieten können, und da denke ich jetzt ganz einfach auch, Glaube muss im Angesicht des Todes bestehen können, und Todeserfahrung kennen wir alle, Angsterfahrungen, dann wird spürbar, dass eben die Antwort, die uns der Glaube gibt, weitererzählt werden will. Wenn der Tod die absolute Kommunikationslosigkeit darstellt, angesichts des Todes verschlägt es mir die Sprache. Wenn Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, aber wie wir es im Glaubensbekenntnis zum Ausbrücken, hinabsteigt in das Reich des Todes, dann bricht dieses lebendige Wort, die Kommunikationslosigkeit des Todes von innen her auf, das ist Auferstehung. Und wenn uns das gelingt, immer wieder neu, in den verschiedensten Grenzerfahrungen, in den verschiedensten Ängsten und Sorgen, dieses Wort der Hoffnung hineinzubuchstabieren, dann, glaube ich, wird Mission für uns alle immer wieder lebendig erfahrbar, und das ist das, was dann kirchliches Leben prägt. Im Grunde den Erlöser immer wieder neu ins Wort zu bringen, sichtbar werden zu lassen, um so Erfahrungen von Zukunft und Hoffnung zu schenken, Menschen, die dann aber auch grenzüberschreitend sind, die dann immer wieder neu in die Verantwortung nehmen, in die Verantwortung für mich selber, für die mir anvertrauten Mitmenschen, aber eben auch in Verantwortung für diese eine Schöpfung. Und so, glaube ich, hat Mission tatsächlich sehr viel damit zu tun, Salz der Erde zu sein, um wirklich Geschmack in diese Welt hineinzubringen. Das ist nichts Überhebliches, weil echter Dialog lebt immer auch vom Hinhören, lebt für der Wachsamkeit und der Achtsamkeit dem Dialogpartner, die ja Partnerin gegenüber, lebt davon, dass wir eben gemeinsam in der einen Welt mit unserem Glauben im Austausch Zukunft gestalten wollen.